In dem heutigen Video werde ich dieses Paket eröffnen. Dort ist Bundeswehr-EPA drin. Das habe ich bestellt im Bundeswehr-Online-Shop. Wenn ihr das Ganze auch kaufen wollt, ist in der Videobeschreibung verlinkt. Das hier ist keine Corporation. Ich teste das Ganze neutral, denn wäre es eine Corporation, würde links oder rechts oben jetzt Werbung stehen. Das steht da aber nicht. Deswegen kann ich das Ganze neutral bewerben. So, ich werde das Ganze jetzt öffnen und alles auf die einzelnen Teile prüfen, was da so drin ist, ob es schmeckt oder nicht. Oh gut, das Trinkwasser, das werde ich jetzt nicht trinken, weil Wasser ist Wasser. Ich denke, da sind wir uns alle einig. Also, ich habe hier die Chivapjici-Version genommen, 300 Gramm pikante Handfleischröllchen. Ja, würde ich sagen, öffnen wir das Ganze mal. Das ist es, das Set. So, was haben wir alles so Feines drin? Wir haben hier Roggenmischbrot geschnitten, 170 Gramm. Dann haben wir hier Marmelade, ne, das ist Mettwurst, hier haben wir Marmelade. Aprikose und Erdbeere, also zwei verschiedene Geschmacksrichtungen, das ist schon mal gut. Zwei Packungen Mettwurst sogar, auf jeden Fall ein bisschen Auswahl. Hier sind die 300 Gramm Schwapjici drin, Hackfleischröllchen mit Gemüse und Reis. Dann haben wir hier dreimal Trinkwasser verpackt, 100 Milliliter, das heißt 300 Milliliter. Würde schon mal für einen Tag nicht reichen. Dann haben wir hier die Hartkekse drin, Panzerplatten, Klassiker, ist in jedem Epa-Set drin, zumindest von der Bundeswehr. Und dann haben wir hier noch Schokolade, die wird wahrscheinlich auch ziemlich hart sein von der Bundeswehr, sollte die zumindest nicht so die weichste sein. Ganz interessant, die Schokolade ist bis 2026 haltbar. Das ist der Vorteil an diesen Epa-Waren. Die sind zwar teuer, aber dafür langes Haltbarkeitsdatum. Also wenn man das auf der einen Tour nicht verbrauchen kann, dann halt auf der nächsten. Und diese Schwapjici, die Hauptnahrung, bis 24.01.2026, das ist auch noch ziemlich lange hin. Also das ist der Vorteil an diesen Epa-Set, dass das einfach lange haltbar ist. Also für die Eiweißfreaks, diese Schwapjici haben auf 300 Gramm, 3 mal 7,4 Gramm Eiweiß, das sind dann 22,2 Gramm Eiweiß, hätte man dann zu sich genommen. Schwarzer Tee, Getränkepulver sogar. Oh, das ist geil, das ist richtig geil. Geschmack Orange. Sogar mehrere davon, drei Stück. Das ist ja mega geil. Vier mal Feinzucker und einmal Salz. Die Taschentücher habt ihr, denke ich, schon gesehen, aber auch ganz praktisch. Und Kaffee haben wir auch, ja, Espresso. Dazu brauchen wir natürlich auch Kaffeeweißer. Wir haben zweimal hier Espresso. Und ja, wir haben auch zweimal Kaffeeweißer. Und dann noch heiße Brühe. Ah, Streichhölzer, doch tatsächlich, wir können Feuer machen. Ja, also für Teetrinker was dabei und für Kaffeetrinker auch. Das ist gut. Bevor ich gleich die Drop-Tee mache, werde ich erstmal diese Hartkekse probieren. Das wird ganz interessant sein. Die Panzerplatte, naja, von der Bundeswehr, Klassiker. Also diese Klassiker, die sollte eigentlich in jeder EPA drin sein. Ich muss sagen, die schmecken gut und sind auch wirklich ein bisschen hart. Heißen die auch Hartkekse, aber die schmecken gut. Also ein guter Snack für zwischendurch, muss ich sagen. Möchtest du auch? Panzerkekse? Panzerplatten? Ich probiere mal. Ja. Dein Gesichtsausendruck. Die schmecken nach Kekse. Gut oder schlecht? Gaum gut essen. Finde ich auch. Ja. Jetzt habt ihr noch eine zweite Meinung. Die sind gut. In dem Paket sind zwölf Kekse drin. Jetzt der Schokoladentest. Zehn Stückchen. Also wenn ich das irgendeiner Kategorie zuordnen müsste, würde ich sagen, ist das Zartbitter. Ich kann das hier aber gerade nicht nachlesen. Zartbitter schmeckt schon ein bisschen anders, aber es hat zu den leichten Geschmack von Zartbitter. Und ich mag Zartbitter. Also für mich ist diese Schokolade gut, für euch aber nicht für jeden. So, die dürften fertig sein. Die Stöcker kokel nur ein bisschen, aber die brennen nicht. Da werden wir gleich noch Tee von machen, von diesem Wasser. Jetzt müssen wir erstmal diese Chiwab-Chi da rausholen. Hier wird sehr heiß sein, diese Epa-Schale. Wie gesagt, Wasser muss drin bleiben. So, Epa ist aufgetischt. Er darf vom Teller essen, ich erst aus der Schale. So sieht die Chiwab-Chi aus. Wir werden uns das jetzt aufteilen. So, das ist für dich. Dankeschön. Bitteschön. Und ich ist aus der Schale. Bevor das Spiritus erlischt, mache ich schon mal den Schwarztee hier rein. Leider nur ein Beutel. Aber besser als nichts. Nur ein Beutel Schwarztee? Für so zwei Tassen? Das ist voll wenig. Ja, tatsächlich. Also für zwei Personen ist das Essen eigentlich nicht. Das ist für eine Person. Weil wir teilen uns das jetzt einfach auch, damit beides probieren können. Ansonsten, zu zweit, kann man davon leider nicht satt werden. Aber es ist mega lecker. Von daher. Alles gut. Ich würde sogar sagen, das ist der Epa, den ich bisher gegessen habe. Würde ich mich vielleicht anschließen. Ich habe auch schon so einige aus dem Kaufhaus probiert. Aber das hier ist wirklich eins auch. Und halt einfach zuzubereiten, ne? Und lange Haltbarkeit, deswegen. Super essen. So, der Schwarztee wird jetzt von uns beiden getrunken aus dem Kochtopf. Wobei der vielleicht noch so ein bisschen heiß sein könnte. Willst du anfangen? Ich überlasse dir den Vortritt. Boah, der schmeckt richtig gut. Ja? Mhm. Okay. Der ist richtig gut. Warte mal. So. Eigentlich träge ich ja Schwarztee mit Milch. Da bin ich so wie ein Engländer. Aber das schmeckt auch so super. Der ist wirklich herrlich. Muss ich sagen. Gefällt mir. Also Zopf. Der Espresso ist fertig. Jetzt kommt noch Kaffeeweißer gleich rein. Und natürlich Feinzucker. Und dann werden wir den beide wieder aus dem Kochtopf trinken. So. Wir haben ja alles schon runtergebaut, abgebaut. Und werden jetzt den Espresso probieren. Ah. Ja, schmeckt in Ordnung. Wird jetzt keine 10 von 10 dafür geben. Aber schmeckt ganz gut. Ist was Gutes zum Frühstück. Mal gucken, was er sagt. Ich weiß nicht, ob man nicht im Bild sieht. Ja, das ist schon was anderes. Ich finde, da ein bisschen stärker fehlt. Dass es ein bisschen stärker ist. Aber sonst geht es schon in eine richtig voll coole Richtung. Das Geile ist, der Kaffee ist komplett clean. Da sind jetzt nicht irgendwelche schwarzen, kleinen Kaffeepulverbrötchen oder so. Also da ist Kaffeepulver tatsächlich schon im Autobereich klar im Vorteil, muss man sagen. Aber manchmal ist das so, dass du dann, wenn du Kaffeepads nimmst und dann Kaffee machst, dass dann unten so ein kleiner Belag noch übrig bleibt. Und der schmeckt dann richtig widerlich. Und den musst du dann auch noch waschen und so. Und dann musst du auch den Kochtopf noch sauber machen davon. Das nervig. Aber so ist perfekt. Ja. Somit haben wir auch das probiert. Das orange Getränkepulver möchte ich mir noch für die nächste Tour aufsparen. Das wird bestimmt mega lecker werden. Werde ich ja heute nichts mehr trinken, nicht mehr probieren. Aber dann auf der nächsten Tour. Aber in diesem Video. Ich mache gerade eine Fahrradtour von Zelle nach Wolfsburg. Bin jetzt hier gerade in Giphorn. Es ist windig. Am Bühlensee. Ein schöner See. Ich mache hier gerade eine Pause. Und mein Getränk ist leer gegangen. Jetzt werde ich das Ganze mit dem EPA-Trinkwasser nachfüllen. Und das Orangengetränkepulver ausprobieren. Wie das so schmeckt. Das ist auch das Letzte, was ich jetzt zum Trink noch dabei habe. Ich bin gespannt. Wenn ihr die Radtour sehen wollt, dann wisst ihr, was ihr machen müsst. Den Kanal abonnieren. Denn das wird nämlich als nächstes Video kommen. das Wasser da rein zu bekommen, ohne es zu verschütten. Aber klappt noch so. Mein Bein ist ein bisschen nass geworden, aber egal. Das tut gut bei diesem heißen Wetter, wenn da mal was nass wird. Überleben können wir damit nicht in der Hitze. Das ist viel zu wenig. Aber es sind doch nur 100 Milliliter oder so, glaube ich. Ein bisschen habe ich leider gerade verschüttet. Das Getränkepulver soll übrigens für 200 Milliliter reichen. Ich mach' ja alles rein. So. Schön schütteln. Ach ja, ich hab' die Kappe abgemacht. Scheiße. Ich kann das nicht so gut schütteln. Das schmeckt echt seltsam. Das ist doch noch nicht richtig durchgeschüttelt oder was? Ja, ich muss sagen, das schmeckt nicht so lecker. Also der Nachgeschmack ist in Ordnung, aber der erste Geschmack, der ist nicht so lecker. Es geht aber. Also kann man mitnehmen, ist jetzt nicht so schlimm. So ein Rhabarbersaft wäre viel ekliger, aber das würde ich mit einer 4 von 10 bewerten. Also ein bisschen unterdurchschnittlich, aber es ist okay. Also der Nachgeschmack, der geht klar, aber die ersten Nippereien sind dann doch ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Ja, also wirklich, der erste Geschmack, der ist nicht so lecker. Im Großen und Ganzen muss ich sagen, ist ein cooles Set, ist halt sehr teuer, aber das ist halt so der normale Marktpreis leider, ist dafür aber auch lange haltbar. Also halten wir fest, der Kaffee war gut, Schwarztee war gut, die Kekse waren super, die Schokolade war super, Chewapchi-Chi war bombenmäßig, nur das Orangengetränkepulver, das hat jetzt wirklich enttäuscht. Aber ansonsten alles top. Gut, das Roggenmischbrot habe ich nicht probiert, aber so schlecht kann ein Brot schon nicht schmecken, denke ich mal. Die Marmelade habe ich auch nicht probiert, aber die spare ich mir dann für eine mehrtägige Tour auf, wo ich dann sowas minimalistisches perfekt mitnehmen kann. Ich sag Ciao vom Mühlensee in Gifhorn. Bis zum nächsten Mal.